Guten Morgen. Kurt hüpft gerade durch meinen Garten, also Gemeinschaftsgarten. Er war gerade, das ist mega unaufgeräumt hier bei mir, er war gerade hier unten an den getrockneten Bären, die fake sind. Jetzt weiß ich auch was er da wollte. Aber er hüpft hier gerade wild durch die Gegend. Jetzt ist er natürlich wieder verschwunden. Besser kann der Morgen nicht anfangen. Und ja, ich bin heute ein kleines Streifenhörnchen. Spiegelt hier sehr schön. Ja, hallo erstmal. Was für ein Zufall, dass ich hier gerade spontan gezwungen worden bin, die Kamera an die anzunehmen. Denn ich hatte eh überlegt, ob ich heute anfange meinen Tag mitzufilmen, eventuell das Wochenende mal gucken, was sich so ergibt. Auf jeden Fall hatte ich für heute vor, meinen Schrank zu sortieren, beziehungsweise überhaupt da ein System reinzubringen. Denn ich habe ja jetzt ziemlich viel neuen Stauraum bekommen, aber ich habe da noch nicht wirklich ein System drin, sondern habe erstmal alles reingestellt, was ich da so reinstellen wollte. Das heißt, da werde ich euch dann eventuell einfach gleich im Laufe des Tages ein bisschen mitnehmen. Aber ich bin gerade aufgestanden, bin frisch geduscht und jetzt gibt es erstmal Kaffee, Frühstück und das Übliche. Ja, es ist zwar erst Viertel vor elf, aber ich bin überhaupt kein Kaltfrühstücker. Ich könnte den ganzen Tag immer warmes Essen essen und ich habe gestern super lecker gekocht. Das sieht so aus, als hätte ich davon noch nichts gegessen, aber ich hatte davon gestern schon eine Portion. Und zwar ist das eine Gnocchi oder Gnocchi Pfanne mit einer super leckeren Käse-Sahnesauce, Brokkoli, Schinken, Speckwürfelchen und das war richtig, richtig lecker. Und das werde ich mir jetzt einfach direkt ans Frühstück einmal warm machen. Ja, da ist mein etwas eintönig und unappetitlich aussehendes Frühstück slash halbes Mittagessen. Das gäbe hier in meinem Kaffee übrigens kein Safran, sondern Kurkuma. Das soll angeblich gesund sein. Kann man ja dann einfach mal mit integrieren, dachte ich mir. Und jetzt werde ich erst mal essen, trinken und höre dabei einen Podcast. Und zwar habe ich neu entdeckt den Gag Reflex Podcast. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, ich finde es aber super witzig, weil die zwei Typen, die das machen, einfach mega unterhaltsam sind. Und sie versuchen immer auf Zuschauerfragen oder Probleme Tipps und Kommentare zu geben. Aber so richtig gute Tipps sind es meistens nicht. Es ist dann doch immer mit sehr viel Humor belastet. Aber natürlich umso spannender zu hören. Und den mache ich mir jetzt an. Und ja, Empfehlung auf jeden Fall. Hört da mal rein. So, ich bin an meinem Schreibtisch gelandet. Ich habe ja gestern diese Wochendeko hier gemacht. Wenn der Vlog online kommt, müsste die Deko auch schon online gegangen sein. Deswegen kann ich euch das hier zeigen. Und jetzt sitze ich hier am Schnitt, unbeauftragte Werbung, muss man jetzt immer leider einblenden, muss mein Video schneiden. Das ist, wir können ja mal gucken, wie lang das ist. Mit links. Ja, also ich habe es schon ein bisschen gekürzt. 32 Minuten sind es noch. Da geht noch was. Also ich versuche es immer nicht mega doll zu kürzen. Aber die Versprecher und so lange Pausen schneide ich auf jeden Fall immer raus, damit es nicht zu langatmig wird. Und ja, da setze ich mich jetzt mal ran. Und währenddessen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hüpft Kurt durch meinen Garten. Ich liebe es. Da ist er. Hallo Kurt. Hallo, hallo. Oh Gott, weg ist er. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Oh, ich finde das so cool. Da ist er. Da. Hallo Kurti. Kommst du zu mir? Hm? Das spiegelt natürlich die Lampe. Aber er ist richtig nah dran. Ach, Mist. Doofe Lampe. Da ist er. Okay. Ran an die Arbeit. So, das Video ist fertig. Ich musste einmal ins Schlafzimmer umziehen, weil mein Akku fast leer war. Ja, so ist das leider öfter. Und jetzt werde ich das Ganze mal exportieren. Das dauert jetzt ein Momentchen. Und dann wird das wahrscheinlich auch heute, heute ist übrigens Freitag, noch irgendwann online kommen. Ja, das Wetter ist heute irgendwie nicht so optimal. Ich hoffe, es wird noch besser, denn ich bin ja nachher eventuell noch auf dem Hafengeburtstag. Wenn das so ein Last bleibt, wäre das ärgerlich. Aber ich wollte euch einmal was ganz anderes zeigen. Und zwar nicht diesen wunderschönen Gelbsticker hier. Sondern ein neues Blatt bei meiner Alucasia. Das rollt sich langsam auf. Voll schön. Ja, und auch meine Monstera bekommt ein neues Blatt. Das ist hier schön am rauswachsen. Und rollt sich bestimmt auch demnächst wieder auf. Oder überhaupt. Freue mich schon. So, ja, ich stehe vor meinem neuen großen Kleiderschrank. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Und während mein Video exportiert, dachte ich, zeige ich euch einmal, wie mein Schrank momentan so aussieht. Auf der rechten Seite habe ich im Prinzip allemal Klamotten drin. Ja, also auf der linken Seite ist nichts, was Klamotten angeht. Das ist alles hier gelandet. Alles Mögliche, was hängt. Oberteile, Latzhosen, Kleider, Cardigans, Jäckchen und so weiter. Dann habe ich hier, ich glaube, ich habe das in dem Räume-Video auch schon einmal ein bisschen angedeutet, was wo gelandet ist. Oberteile, Pullis, Tops, Schlafshirts, Hosen, Leggings, Sporthosen und sowas alles. Und hier unten sind dann noch Socken und dickere Pullis. Und ja, oben sieht man ja schon, hier ist Bettwäsche drin, Decken und Auflagen für meine Gartenstühle. Da muss ich nicht so oft ran. Deswegen ist das ganz oben gelandet. Und das war es auch schon. Und das hier ist der Schrank, dem ich mich jetzt widmen möchte, denn da wurde nach dem Aufbau einfach erstmal alles irgendwo reingestellt. Und so sieht es auch hier drin aus. Das ist die momentane Situation. Davon sind tatsächlich einige Boxen auch komplett leer. Also da ist noch gar nichts drin. Und ihr seht, das hat kein System. Es ist einfach durcheinander. Und ja, teilweise, also hier in den Schubläden ist noch gar nichts drin. Und ja, sehr unüberlegt auf jeden Fall erstmal reingestellt. Und das soll sich jetzt auf jeden Fall ändern. Ich habe nämlich auch zum Beispiel unter meinem Bett in den Schubläden noch Sachen, die ich eigentlich noch hier mit reinpacken wollen würde. Dann muss ich mal gucken, wie das Sinn macht. Und ich habe im Wohnzimmer ja noch mein großes oder hohes Regal mit den ganzen Aktenordnern. Und das möchte ich auch noch ein bisschen leerer bekommen. Das heißt, die Aktenordner sollen auch hier in dem Schrank landen. Wie und wo, das weiß ich noch nicht so genau. Aber ich glaube, ich hole mal hier soweit alles nochmal aus dem Schrank raus. Auch wenn es mir davor ein bisschen graut. Und hole dann die Aktenordner rüber und versuche alles wieder irgendwie einzubauen. Ja, los geht's. So sieht momentan das Regal aus. Ja, hier steht ein bisschen ungünstig die Lampe gerade davor. Aber das passt gerade so einfach am besten mit der Lampe hier in der Ecke. Die ist übrigens auch quasi neu dazu gekommen. Und die Ordner werde ich jetzt einmal rüber räumen und dann schaue ich mal, was ich hier in das Regal stelle. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ich stelle mich mal auf diese Seite. Ja, es ist jetzt soweit alles drin, was rein sollte erstmal. Ich habe unter meinem Bett jetzt in manchen Schubläden noch mehr Platz. Was natürlich generell ganz gut ist, dass man alles so ein bisschen luftiger hat. Der Schrank sieht jetzt zwar ein bisschen voller aus als vorher, aber es sind einige Kartons komplett leer. Also dieses, die Box hier ist leer, genauso wie die hier und die hier und die hier oben ist auch leer. Also da passt auf jeden Fall noch ein bisschen was rein an Kleinkram, der dann irgendwie sich noch anfindet. Was ganz gut ist, ich habe hier dieses Regalbrett nur draufgelegt, weil ich dazu keine Befesterungs-Nupsis bekommen hatte. Als ich den Schrank gekauft habe, haben sie noch ein Brett auf dem Schrank liegend gefunden, aber hatten halt die Befestigung nicht mehr irgendwie daneben oder dabei. Deswegen habe ich das hier erstmal nur so draufgelegt und versucht, hier was draufzupacken, was nicht ganz so schwer ist, weil das ja quasi alles von dem unteren Brett hier gehalten wird. Also da habe ich so ein bisschen aufpassen müssen. Ansonsten finde ich es aber ganz gut von der Aufteilung her. Ich brauche auch keine weiteren Aufbewahrungsboxen. Ich hatte erst gedacht, dass ich für hier oben, damit das alles ein bisschen einheitlicher ist, irgendwie noch was bei Amazon bestellen muss. Aber ich bin froh, dass ich es nicht getan habe und standhaft geblieben bin, denn ich hatte mir eigentlich schon welche rausgesucht. Aber ich habe eigentlich genug Stauraum. Und ja, so sieht das jetzt erstmal aus. Hier unten sind die Bilder geblieben. Dann sind hier jetzt noch ein paar Klamotten drin gelandet, die ich unterm Bett gefunden habe. Und da in der unteren Schublade sind noch ein paar Tanzschuhe. Die habe ich auch teilweise hochgehalten. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Timelapse dann so schnell erkennen konntet. Aber die sind auf jeden Fall hier unten gelandet. Und dann war es das auch erstmal. Ich würde sagen, wir machen den Schrank mal wieder zu und widmen uns dem Regal im Wohnzimmer. Denn das ist jetzt fast leer. Ja, ich mache heute irgendwie alles zeitgleich. Und zwar werde ich mich jetzt einmal darum kümmern, dass das Video hochlädt. Und währenddessen kann ich dann drüben noch ein bisschen das Regal einrichten. Das Schöne ist, dass der Laptop das immer schön alleine arbeitet und ich dann noch andere Sachen nebenbei erledigen kann. Das, was am längsten dauert, ist natürlich das Filmen und das Schneiden. Und dann exportieren und hochladen. Kriegt er dann noch alleine hin. Aber ich werde mich danach dann nochmal um das Thumbnail kümmern müssen. Und die Infobox, die ich immer anpasse, je nachdem, was im Video vorkommt. Und auch das dauert Zeit. Also ich höre oft von meinen Zuschauern oder auch bei Instagram, dass viele sagen, oh, ich würde so gern auch YouTube-Videos machen. Und ich ermutige auch immer alle dazu, das zu tun und es einfach auszuprobieren. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass da wirklich einiges an Zeitflöten geht. Und wenn man da wirklich was aufbauen möchte, sage ich mal, oder dranbleiben möchte, dann kostet das Zeit und Energie. Und man muss da auch ein bisschen Ideen und Gedanken reinstecken, sozusagen. Da reicht es nicht, wenn man einfach nur mal irgendwie die Kamera mitlaufen lässt. Denn, ja, mit Schnitt und Co. ist man dann doch eine ganze Weile damit beschäftigt. Und das ist ja alles irgendwie Hobby. Also da kommt ja nichts bei raus. Und, also, nichts im Sinne von, man wird dafür nicht bezahlt, dass man stundenlang an irgendwas arbeitet. Und deswegen sollte man sich schon bewusst machen, dass, ja, das einiges an Zeit raubt. Und die Frage ist halt, ob man das aufbringen möchte oder nicht. Mir macht es sehr viel Spaß. Deswegen mache ich das ja auch jetzt schon seit vier Jahren. Ich habe übrigens am 20. Juli, glaube ich, vier Jahre Jubiläum auf YouTube. Also dieses Jahr, ja, sind die Vierjährigen dran. Sowohl bei Instagram als auch bei YouTube. Und ich bin ja eigentlich schon jetzt einige Jahre dabei und nach wie vor begeistert. Aber ich habe mich auch schon immer für Videos, Fotografie und alles mögliche in die Richtung interessiert und begeistern können. Deswegen war das für mich quasi fast ein Selbstläufer, dass ich gesagt habe, ich möchte auch zu dem Thema jetzt dann Videos machen. Und wurde da ja dann von anderen Planermädels angesteckt. Aber es ist nicht jedermanns Sache und das sollte man sich bewusst sein. Vor allem auch, was da alles so hinter steckt. Denn es ist halt nicht damit getan, dass man die Kamera beim Dekorieren anmacht. Sondern man muss dann mit dem Videomaterial natürlich hinterher auch noch ein bisschen was anstellen. Und ja, das kostet Zeit. Aber das Schöne ist, mein Internet ist super schnell. Letztens hatte ich voll die Probleme. Und während ich hier quatsche, ist das Video schon fast hochgeladen. Also mache ich hier schnell alles fertig, damit das demnächst online gehen kann. Und dann geht es rüber ins Schlafzimmer. Nee, Wohnzimmer. Bin schon völlig durcheinander. Ja, so sieht das Regal gerade aus. Da sind wirklich nur noch zwei Boxen drin und meine Washi-Tapes. Ansonsten nichts. Da oben ist noch ein Erinnerungsbuch. Das habe ich mal selber gebunden. Und da sind ganz viele Tanzerinnerungen und Fotos und Zeitungsartikel und Urkunden und alles mögliche drin. Deswegen ist es auch so fett. Und ja, ich gucke jetzt mal, wie ich das Regal jetzt bestücke, damit das ein bisschen dekorativer aussieht. Und dann gucken wir gleich mal, wie es geklappt hat. Ich gucke jetzt mal, wie es geklappt hat. So, ich zeige euch einmal das Endergebnis. Da oben ist jetzt meine Efeu-Ranke drin, die hoffentlich ganz weit runter ragen. Dann habe ich hier ein paar Planer, Kalender und so weiter. Vasen, Washi-Tape. So ein bisschen aufgelockert auf jeden Fall alles. Und eine wunderschöne Steckdose. Die ignorieren wir jetzt mal. Aber ich finde, das sieht schon viel, viel besser aus als vorher. Viel, viel besser. Ja, und das ist auch jetzt schon ein bisschen später am Tage sozusagen. Und ich habe ja von einer Verabredung nachher erzählt auf dem Hafengeburtstag. Und deswegen muss ich mich jetzt mal ein bisschen schminken. Also muss ich nicht, aber möchte ich gerne. Und das mache ich jetzt mal schnell. Und das mache ich jetzt mal. Und das mache ich jetzt mal. So, viel Make-up ist nicht drauf. Aber ich mag das so dezent. Und die Haare sind minimal gelockt. Also wirklich nur kunstlich schön. Und ja. Dann geht es jetzt los. Ab in die Bahn. Yay. Heb... Euer Kindull. ofaya. Musik 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 So, wie ihr seht, sind die Haare nass. Ich muss mich jetzt nämlich fertig machen für ein Konzert. Und ich gucke schon wieder in die verkehrte Richtung. Hallo. Ja, ich gehe heute mit einem Freund auf das George Ezra Konzert in der Buckley Card Arena. Und ich bin schon richtig gespannt, weil ich auch noch nie dort auf einem Konzert war. Und vorher gibt es auf jeden Fall noch Kaffee und Kuchen. Ganz wichtig. Und ich muss mich jetzt aber erstmal fertig machen, weil ich noch ein bisschen zu zaust aussehe. Ja, ich dachte mir, ich zeige euch einmal, welche Beauty-Produkte ich sozusagen täglich, wenn überhaupt, verwende. Also ich bin in letzter Zeit öfter mal komplett ohne Make-up unterwegs, was einfach super angenehm ist. Und ich schäme mich auch für nichts, aber trotzdem hat man ja so Tage, wo man sich mal ein bisschen schick machen möchte oder reinere Haut haben möchte oder besser aussehen möchte. Egal. Da habe ich auf jeden Fall seit Jahren dasselbe Make-up. Und zwar von Catrice. Die 015 Vanilla Beige All Matte Plus. Mascara habe ich eigentlich immer eine wasserfeste. Und da wechsle ich immer so ein bisschen. Die hat mich natürlich angelacht, weil sie türkis war. Da habe ich aber auch schon welche von Catrice gehabt. Die ist jetzt hier von Maybelline. Das ist übrigens alles unbezahlte Werbung. Leider werde ich hier nicht gesponsert. Und der Löscherauge, wie man ihn so schön nennt, Concealer, der ist ja auch einfach der Hit. Den nehme ich auch manchmal einfach nur ohne Make-up da drunter. Bisschen Wimperntusche fertig. Und was ich auch vor kurzem für mich entdeckt habe, ist dieser Lippenpflegestift von Birds and Bees mit Bienenwachs und, wo steht es da, Vitamin und Pfefferminz. Und ich muss sagen, dass der zwar sehr doll auf den Lippen kribbelt und manchmal drehen mir auch sogar die Augen, wenn das dann so, ja, dieses Pfefferminzige in die Augen kommt. Also der Geruch eigentlich nur. Aber ich finde ihn super gut, weil Labellos bei mir irgendwie überhaupt nicht mehr funktionieren. Ja, also wenn ihr da auch das Problem habt, dann probiert mal vielleicht den hier aus. Und das war auch schon der ganze Spuk sozusagen. Also ich bin da wirklich super minimiert. Und auch froh darüber, dass ich ja nicht mit Contouring-Palette und Lidschatten und so weiter arbeite. Ich habe zwar 100.000 auch ziemlich farbige Lidschatten-Paletten alten Zeiten. Oder wenn ich mal Auftritte habe, dass ich halt noch was zu Hause habe mit ein bisschen mehr Wumms. Benutze ich aber äußerst selten, muss ich sagen. Ja, und so sieht das dann im Gesicht aus. Ich habe tatsächlich noch nicht mal den Concealer benutzt. Werte ihn aber eventuell noch hier und hier und da. Ein kleines bisschen auftragen. Und jetzt sind die Haare dran. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt kommt der Crumble drauf und dann kommt das Ganze in den Ofen. So, ab in den Ofen damit. Den habe ich auf jeden Fall schon vorgeheizt. Und voilà. Tschüssi. Ja, einfacher geht's auch nicht. Das waren jetzt 120 Gramm Butter, 200 Gramm Mehl und 180 Gramm Zucker. Und 500 Gramm Himbeeren und nach Belieben Puderzucker. Ob das schmeckt, das erfahrt ihr dann später. Ja, Löhchen, hier spricht die Ria aus dem Schnitt. Hier seht ihr den fertigen Himbeer Crumble und ja, der hat sehr gut geschmeckt. Das habe ich aber dann im Video nicht mehr erzählt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst mir gerne Kommentare und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Tschüss.